und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge vom unwetter wahlheim draußen ist ganz schön was los und mit dabei ist natürlich noch ein hallo 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 alter richtiges unwetter auf und sobald raus geht es verliesst auch irgendwie hp echt ja ja deswegen bin ich auch schon wieder reingegangen also zumindest irgendwie unwohl und keine ahnung das ist auf jeden fall ja ich bin gerade am überlegen auch wieder ruhiger glaube ich oder auch schütte ich hab kein wald kann ich mehr holz hinzufügen das ist schon voll nee ich wollte kein holz hinzufügen sondern ich wollte so eine kleine provisorisches dings bauen damit er nicht ausgeht von dem regen eine ganz kleine hütte irgendwie sowas ist unterstand oder irgendwie so als halt wenn ich mal zumindest anmachen kann ich von zumindest irgendwie will sie nicht nur ein bisschen wohlfühlen oder so war ja jetzt beim regen oder wir müssen da echt wieder drin aufbauen ja wieso läuft da eben hinaus war meine fackel an auch kein holz mehr oder mir okay ich habe eine resomme sommer so muss hinlegen kann sein dass er gar nicht gehen mit dem hinlegen weil wir keinen links haben kein lagerfeuer das kann sein nein brauchen vorher in der eisendreck hatte haben wir noch stein kann man jede warte ich glaube wir wollen den dinge da doch doch wer drin hatte fehlen eine voraussetzung holz nein empfiehlt mir fehlt zwar holz und habe ich heute habe ich also um holz und habe ich bekannte nicht auch wenn er ist ob der oben ein holz oder nie quatsch wenn man kann nur noch bei uns ich habe ein holz habe ich okay hast du noch ein holz habs gebaut gut gut und dann kommen wir gucken uns mal irgendwo hin schmeißen zu du brennst nicht nicht die bude brennt du kannst was zu essen wortraum richtig hin wenn man gerade mal überlegen ob das jetzt da oben durch geht so wurde hast du aufgemacht die zumindest heraus oder ja stimmt geht um raus reichen 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 da oben ist die löcher im dings drin bei mir geht um raus moment ich ja trotzdem einmal ganz kurz der mensch hier ich glaube ich ganz kurz der mensch bekommen sie hochgegangen bin irgendwie da hat er dann mal ganz ganz kurz komisch rot aufgeleuchtet ich bin ich jetzt nicht weil jetzt irgendwie ist auch nicht mehr ich habe keine ahnung ne das haut ja gut hin ja dann lassen sie den ding ich habe gerade was anderes ach ne stimmt wir haben kein holz naja schon gut naja ok hast du gerade die wellen draus gesehen ja was du stehst am berg über eines über der wellen geleiten was leiten des schiffs sieht von der was ähm das ist einfach gar nichts irgendwie ich stehe am berg tag sieben was irgendein schiff oder irgendwas was ist ein schiff ja ja ich habe es jetzt nicht so schnell lesen können schiff ein schiff wir brauchen eigentlich ein floß ein floß da brauchen wir für ein floß ok wir brauchen lederschnipsel und holz lederschnipsel und holz das geht ja eigentlich sollen uns lederschnipsel und holz und dann geben wir einen baum aus dem floß und dann los oder 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 die sagen kunden ich würde sagen ja also solcher auch so zusammen wir müssen ja auch so erstmal jagen ja ja genau das stimmt ok alte ein mit einem mächtigen stampfen lass mich stampfen für stampfen ok wo laufen überhaupt hin wird aus der gute richtung da waren wir so noch einig noch einiges zum gucken bildschweine echt warte ich muss das feuer ausmachen die haben angst vor feuer das wildschweine schwebte gerade bei mir in der luft warte da war noch eins ja ja wo dauer ich habe keine ausdauer diese mehrere ich habe keine ausdauer waschkrampe hier steht noch eins ha hake oh wildschweintrophäe habe ich auch bekommen ja wildschweintrophäe wildschweinkopf würde sicher eine feine dekoration für ein haus abgeben oh cool wie viel lederschnipsel hast du jetzt äh nichts oh ah doch eins eins habe ich ich habe jetzt vier ich könnte jetzt theoretisch ein schild machen möchtest du das in ein schild basteln? brauche meinst du meinst du wir brauchen schon eins oh guck mal die kriegen wir sowieso nicht oh hier ist eine hütte ich glaube da war ich von nicht mal gewesen ich glaube ich war ja auch ich habe glaube ich die wand eingerissen obwohl da die tür war ja na klar ich heiße die tür ein ich war mir über den auf wie komme ich jetzt hier rein wie könnte man da rein? die tür habe ich nicht bemerkt ja mal diese wikinger ja klar plüten haben, rauben, töten da ist eine tür nein da ist eine wand ich brauche keine tür okay oh da kommt da kommt Licht ich glaube doch hier unten sind wildschweine echt 3 oder ja 3 stück perfekt kräfte nicht aber der presse ja p man darf sich nicht von oben angreifen irgendwie weil dann trifft man die wohl irgendwie nicht du kannst das zu essen vertragen komm on ich würde aber da ist das bei dir aber ganz schön hungrig ja das stimmt oh das sieht cool aus das stimmt sieht ja cool aus ich mag das auch so mit den Lichtern und sowas ja diese Belichtung ist echt gut gelungen das stimmt das ist ja minimalistisch so Grafik irgendwie so so mit den Pixeln sieht ein bisschen aus wie Minecraft mit irgendeinem Add-on so ja und jetzt hat die mit den Lichtern aber hat Charakter stimmt du musst auch noch eine Hütte sieht echt cool aus oh ein Spielschwein oh einfach zerbruselt einem Hüt ja ja du musst dir halt irgendwie am besten von unten nach oben hin angreifen mit dem Speer von oben nach unten treffe ich die dann irgendwie nie oh noch mehr Wildschweine Obelix wird sie freuen Alter wie viele Wildschweine Alter das sind ganze Hilfe ich werde auch angegriffen ich habe auch nicht scheißamt ich treffe das Vieh nicht ich auch nicht auch jetzt er bruselt da rennt noch ein rum so hier ist so ein Stein oh stimmt so was haben wir denn hier na mach mal dieses Land ist wild und ungestimmt doch wir alle sind noch viel wilder ist das nicht dasselbe Texte da unten dann der Dings stand bräuchte ich deine Geschenke das ist ein reißender das gute Holz echt Steins und auch der Früchte ich meine am Ufer stand derselbe Stein sie fürchten das Feuer das haben sie das irgendwie ich weiß ich nicht irgendwie billiger bekommen deswegen haben sie ein paar davon holt so dann zähl dann einfach mal so ein bisschen ja komm wir verteilen einfach immer eine Welt hier jetzt im Sonderangebot kaufen wir jetzt 20 und bekommen dafür kannst du zu da rein und hier vernünftig rein oh da unten könnte man wie so ein kleines Dörfchen oder so das ist ja cool da steht auch noch im Zaun oh vielleicht können wir da neue Sachen lernen Moment was sagt eigentlich siehst du auch den Pfeil auf der Minimap unten links der hat sich doch bewegt der war doch noch nie so zumindest war der Fuhl mal anders ich weiß nicht was das vielleicht sein könnte dass das vielleicht die Windrichtung ist oh da ist noch mal überlegen was sagt er uns hat er dort in Ordnung ist ich glaube nicht voll schön die Form die Schweine die Schweine da ist ja so ein Macker meine Schweine ich weiß nicht so ein Speerweg und Speerhem habe ich den eingesammelt ne ne doch ich habe sonst ich habe schon ein Gesamt ah ok hatte ja ein Speerspekt ich bin ich ja sagen oh das ist die Kiste drin oh ist drin Beile Bernstein oh du hast ja ein Buch das ist das eine gute Idee ja ist das eine gute Idee tschüss 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 pfw nicht bekommen aber damit können wir bestimmt med herstellen hier sind Feige drin uh Feuersteinfeige nimmst du gut boah wirklich eh hat es recht man kann man kann bestimmt med herstellen die leute haben aber in sehr kleinen hütten gelebt muss man ja mal sagen da waren noch kleine kleine leute jemand lernen wenn es nichts indem du irgendwie wegweiser schilder zerhackt was denn doch so lerne ich doch tatsächlich ach kommen jetzt auf einmal verarsch mich doch nicht ganz nitsch wenn du das machst auch noch ich hab das aufgenommen weil ich mich schlecht gefühlt habe du wolltest halt nur machen kommen dann hast du gelehrt geh zu wenn ich auch was ich kann ein schild ist jetzt ein bauwerk und kohle ich habe kohle erhalten ich kann wohl schon sauen ich will auch was kennen alles das ja ich will auch was lernen dann lernt man hier man lernt nix wenn man es kaputt macht auch noch durch weil jetzt mein hammer ist gleich kaputt was von snuckelt hier nicht ich glaube das ist ein ganz normal zusammengebruchtes teil äh neues material bienkönig was ich habe irgendwie bienkönig bekommen irgendwas was den bienkönig ich bin bienkönig ich habe bienkönig bekommen was hä warte mal kann ich jetzt bienkönig bauen was habe ich denn naja bauen wir den bienkönig ich kann bienenstock bauen ernsthaft ja dafür braucht man die bienkönigin holz und eine werkbank wie cool ist das denn da ist ja cool du fühlst dich nicht länger ausgeruht das stimmt im game auch nicht mittags holz will schwein von schwer zum portal ding verdammt verdammt meine sachen zermütig noch langsam fühlt sich jetzt nicht mehr ausgeruht fühlt sich nicht mehr ausgeruht echt bei mir geht es noch Ja, also zumindest mal ein Hammer. Auch hier ist wieder so ein Guide hier, geht hier. Oder? Mystical Altar. Runenstein. Jage seine Nachkommen. Hm. Ich habe eine Idee, was man hinlegen könnte, aber ich will nicht. Ich will mich dann nicht verhorchen. Warum nicht? Wir sind doch episch ausgerüstet. Mit unseren zu lumpen Kleidungen. Ja, mit den Sachen, die ich gerade beihaben, will ich gerade irgendwie nicht so mit den Bienenköniginnen und so. Ich habe Angst, die weg sind. Das kann doch passieren. Deswegen. Man kann die auch nicht irgendwie markieren hier, ne? Die sind nicht automatisch markiert? Nicht so aus. Warte mal. Hä? Was sagen denn die Markierungen rechts da? Mal damit machen. Oh, ich glaube, ich habe was. Oh, ich habe was markiert. Ich habe eine Markierung gesetzt. Wie denn? Du hast recht. Ah! Und dann, genau. Ah. Oh, warte mal. Das ist ja pink. Mittlerer Moss hast du. Ah. Oh, Moment. Da kann man... Da... So ein... Portal... Ding. Ah! Kannst du doch nicht jetzt sehen, weil ich da... Weil ich da geschrieben habe. Was? Ist das? Ich habe... Ich habe da eine Markierung gesetzt und da kannst du was drunter schreiben. Nee. Ich nicht. Ich habe auf der Karte jetzt so ein Portal-Ding markiert. Oh, ich habe einen Plumpsklo gefunden. Geil. Muss mal. Ne? Oh, da oben ist eine Kiste. Oh, da ist eine Fackel drin. Ah, die könnte ich genau machen. Meine andere Fackel ist mal kaputt. Münzen. Willst du Münzen haben? Bernstein. Münzen. 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 Münzen nehme ich mal mit. Ich glaube, ich hatte noch keine. Bernstein. Neues Material. Bernstein. Neues Material. Münzen. Jetzt hast du Essen vertragen. Da kann man jetzt hier was lernen. Vielleicht gleich wieder ausmachen, weil ich jemand abreißen. Komm, reiß auf. Ich habe halt keinen. Ne, leider nicht. Okay. Aber das zählt ja als Unterkunft. Ach, echt? Ja, klar. Stell dich rein. Ja, Unterkunft fertig. Natürlich. Hier fühle ich mich wohl. Hier schön. Das reicht. Wir wollen gerade hin. Ja. Wir reden gerade random einfach irgendwo. Ja, wollen wir auch Sachen gekundet, oder nicht? Ja. Ja. Deine. Ja. Ja. Auf den Boden gestopft. Aber gehen wir hin? Ja. Na gut. Klingt vernünftig. Bin ich auch. Aber schon lange keine Viecher mehr gesehen, ne? Naja, ich glaube, hier gibt es auch keine mehr. Einfach ausgestorben. Was? Wir haben schon ausgerottet, oh mein Gott. Komm mal schnell. Bei den letzten ihrer Art. Ja. Ist das Terra nix? Ja. Ja. Da ist ja echt nix mehr. Nix mehr. Es ist wirklich einfach nur noch Wald, ne? Ja. Wald und Wald. Immer noch mehr Wald. Ein Ass. Jetzt zeigt der, jetzt zeigt der Fall auf einmal wieder so komisch. Ich glaube, das ist echt die Windrichtung. Ja, aber der Wind? Warten wir eben. Stimmt, das passt. Ja. Das ist wirklich die Windrichtung, wenn du das so guckst. Oh, da kommt Wasser. Wasser, Wasser, Wasser. Was? Irgendwas schon unter dir rum. Oder Kraxel. Ja, Alter, vorne. Böde, Siedlung. Cool. Das ist wie gesagt. Okay, dann müssen wir auch die Tannen da vorne. Alter, das sieht ja mal cool aus. Mit den Tannen? Okay, wir müssen da drüben jetzt mal was mit töten. Juhu. Oh. Mein Gott, das verbraucht aber auch Ausdauer mit dem Ding. Ja. Hä? Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie wir da drumherum hinkommen sollen. Schwimmen. Ich weiß nicht, ob wir so weit kommen. Wir müssen nur ein bisschen eine dünnere Stille am Fluss suchen, würde ich sagen. Verkissen wir nicht die Feuersteine, die hier noch rumliegen, ne? Ja, ich habe gerade auch schon ein paar eingesammelt. Die können wir nämlich dann nochmal nicht nochmal irgendwie gebrauchen. Ich denke, davon brauchen wir noch mit am meisten. Gehe ich auch von aus. Na, oben. Ich will schon. Ich weiß nicht, wir kommen jetzt hier rüber. Keine Ahnung. Sollen wir mal ausprobieren? Lass uns das da vorne ausprobieren. Da vorne sind Steine im Wasser. Da kann man es zur Not vielleicht... Bist du gerade? Ich probiere es gerade. Könnte klappen. Ja. Bin drüben. Mit Schiff oder ohne? Ohne. Pass auf, pass auf das Wildschweine. Das wird aber ganz schön knapp. Ja, doch, Merck. Wir sind doch Wildschweine. Ich bin nicht mehr. Aua. Nicht lenken. Gehigkeit verbessert unbewaffnend. Ja, warum? Was? Ich habe Fähigkeit verbessert unbewaffnend. Ich habe doch einen Sperren an. Wahrscheinlich, weil du den auch nicht ausgerüstet hast, so wie ich gerade. Ach so. Ich habe den nämlich auch mit der Force verknüpft. Oh, das Ding hat er so lange gebraucht. Alter, die Tannen. Geht's cool aus. Sieht's echt cool aus. Jetzt sind nur noch die Häuser an. Jetzt kannst du hier nochmal so ein Schild kaputt machen, wenn du willst. Du siehst doch wieder so eins. Ich weiß nicht. Du siehst das ja auch. Hä? No. Neu ist noch eine Truhe. Oh ja, Steine. Komm her. Bin ich mir warm. Scheißschild. Scheißschild, ja. Ich habe halt keine Dings mehr zu verprügeln. Hm. Ich habe aber nichts anderes mitgenommen. Nein! Was ist jetzt passiert? Hm? Der braucht nur noch einen Schlag. Was machst du da? Ich habe ein Brügenschild. Weil gerade ein Hirsch habe ich zweimal getroffen. Komm schon. Schild hält so viel aus. Warum hat das Wildschwein so ein Sternchen da oben drauf? Ne, ist ein besseres Wildschweinchen. Okay. Ist tot. Wow. Ich habe noch ein Schlag verprügelt. Ich habe nichts bekommen. Ich habe nichts gelernt. Ich habe so. Ich fühle mich sogar so. Ich fühle mich sogar so. Ich fühle mich sogar so. Ein bisschen, ein bisschen döver. Ich weiß nicht. Wo ist das Wildschwein? Komm her. Ach, der hat Angst vor den Fockeln. Du fängst an zu frieren. Oh. Ah, Wildschwein. Komm her. Ich habe erst mal angefangen, den Boden zu ebnen. Ja, hast du schon gemerkt. Das war total. Und bevor ich den Wildschwein verpulge, mache ich den erst mal glatten Boden. Nein. Kann er ausdauern? So. Oh. Was denn? Gut. Die Dings hatten wir jetzt auch durch, ne? Was haben wir durch? Diese Siedlung. Ich glaube, sie können. Also, was? In jedem Ding schon gucken? Im Einwanderthor mit Feuerstein drin. Feuerstein ist ein paar von den Viechern rum. Alter. Oh. Oh. Tschüss. Was? Alter. Was? Der ist ein bisschen groß. Da muss ich aber mal los, ne? Tschüss. Das ist aber. Oh, da kommen ganz andere, kleine, schnelle. Was? Das ist ja auch ein Ausdauer. Dicks sind schneller als wir. Nee. Aber die kriegen wir kriegen. Nee. Nee, wie denn? Ich habe keine Ausdauer. Wo ist der? Wo ist der? Ey. Weiß nicht, mit Stein? Weiß es nicht. Ich habe keine Ausdauer. Oh, die nehmen wir aber nicht viel Schaden. Ne. Hey, der eine ist im Boden versunken. Verdammt. Nerverschaben. Ich habe schon wieder keine Ausdauer. Okay. Und wieder ein bisschen laufen. Du kannst ja normal laufen. Die kommen trotzdem nie ran. Bisschen Ausdauer regenerieren. Und dann wieder. Komm her. Kommt, ich treffe die nicht. Ich muss weiter. Okay, einen habe ich erledigt. Sehr gut. Nein. Von wegen, die kommen nicht ran. Bei mir kommen sie nicht ran. Ich kann das nochmal weglaufen. Ich treffe den halt auch nur einmal. Ja. Okay, den anderen haben wir heute nicht. Okay, dann sollst du dir am besten jetzt wohl machen. Ach, kommt schon. Nein. Oh, ich habe nur noch einen AP. Der hat mich getroffen. Oh. Können wir das erst vertragen. Ja, ich auch. Boah, wenn der mich noch einmal trifft, wie ich tot. Oh, oh. Eistrick. Mal kurz Essen reingepfiffen. Ausdauer generieren wäre schön. Mhm. Ich treffe dich nicht. Ich bin halt so dumm mit dem Speer. Nur eine Axt. Ich habe keine. Du hast die Feuerstein-Axt nicht mehr. Ich habe keine Feuerstein-Axt. Du sagst mir eine. Das kann ich mir spreche nach vorne. Alter. Aua. Wenn du mich einmal mit dem scheiß Ding noch triffst. Oh Mann, ey. Ist das schlumpft. Ey, der Kampf sieht aber traurig aus irgendwie, oder? Ja. Aber ich weiß nicht für wen. Au. Au. Wir haben einen Stein beworfen hier. Ich sag mal, wir glänzen beide gerade nicht. Also, beide Teams. Ne, nicht wirklich. Beide Teams ist gerade so. Aua, tu mir nicht weh. Den kriege ich. Den kriege ich. Ey, sag mal. Ich treff nix. Ich hau mir mein Herz an die Luft. Können wir die mal einer festbinden? Können wir auch einer mal hier? Ich treff die nicht. Oh ja. So. Zerbröseln ist er. Du hast doch Blut. Der eine haut ab, oder was? Ey. Der Marsch, du Räume haust du ab. Der wirft Steine drauf. Ich habe keine Ausdauer. Komm jetzt, Blöckler stehen. Alter. Vom hat der Schiss, ne? Naja. Mhm. Ach. Ach komm, also. Ich war für alle Schaustauer. Oh. Ich hab dich getroffen. Au. Du hast mir von dem Stein vom Kopf geworfen. Aua. Aua. Was wird denn auf einmal? Hä? Warum fühlst du dich immer wieder zu stark? Aua. Ja. Aua. Oh, schweb. Gut, dass kein Friendly Fire oder so. Nee. Komm, der ist doch jetzt gleich erledigt. Ein Schlag noch. Komm. Oh. Erledigt. Uh, wir haben gewonnen. Ei, ei, ei. Was habe ich denn da bekommen? Ein Grauzwergenauge. Kohle. Ah ne, Kohle hatte ich vorher. Grauzwergenauge. Das Auge eines Grauzwerks. Versuche ein paar der Augen ins Feuer zu werfen. Oh ja. So. Sorry. Ja, das ist... Hallo. Ja, hallo. Ja. Ja, bin der da. So. Hast du den platt? Ja, ja. Ich habe den noch erledigt. Sehr gut. Alter. Aber gerade eben so geschafft. Ich habe noch hier so Material mit Grauzwergenauge bekommen. Das Auge eines Grauzwerks. Man soll versuchen, das ein paar der Augen ins Feuer zu werfen. Ah. Ja. War cool, dass wir es noch geschafft haben. Aber wenn wir den Dicken da noch irgendwie getroffen hätten... Boah. Ich glaube, der hätte es mit einem Schlag ausgenockt. Ich glaube auch. So lustig ist das dann auch nicht mehr. Ich habe aber auch nichts mehr. Theoretisch müsste ich eigentlich zurück. Ja, ich glaube, das wäre auch besser, wenn wir das lange mal machen. Ja. Ich habe jetzt keine Lust, von irgendeinem Viech da irgendwie ausgenockt zu werden. Und dann liegt ja alles... Fünf Kilometer weit entfernt rum. Okay, sollen wir das jetzt machen und noch zurückrennen, oder was? Ja, wie ich sage. Okay, dann komm. Dann lass uns beeilen. Ja. Woher noch irgendwas... Hä? Ich hatte ja, da wäre irgendwo die Glitzerndes im Wasser. Okay. Ja, dachte ich auch irgendwann mal, aber das war dann nur ein Stein. Ja. Oh, ich habe Schwimmen 3. Oh, oh. Ich hoffe, das reicht mit dem Schwimmen. Mhm. Oh, oh. Nicht gut. Ich kriege Schaden. Okay, ich bin gerade dumm angekommen mit dem. Oh, bitte. Nee. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Oh. Alter. Geht aber richtig Schaden. Ich mache mir mal erstmal ganz kurz eine Fackel. Ach, ich kann mir auch nicht. Ich kann mir auch eine Keule basteln. Gut. Nicht einfach so zwischendurch. So, wir machen das so. So. Okay. So, erstmal... Okay. Okay. Ich glaube, wir rennen jetzt mal straight zurück. Ja. Mal jetzt irgendwie eine Markierung setzen. Wir müssen ruhig da irgendwie lang. Ähm, ja. Hau ab. Egal, komm. Oh, Tag 8. Der neue Tag fängt schon an. Ja, klar. Jetzt kommt Wildschwein an. Mhm. Ich habe auch ein Wildschwein angerufen. Der Wildschweinangriff. Wildschwein. Äh, lass es sein, wenn man nass ist, dass man irgendwie weniger Ausdauer wieder oder langsamer wieder Ausdauer zurückbekommen. Ja, ja. Stund, stand glaube ich auch ganz am Anfang. Oh, okay. Oder stand auch ganz am Anfang. Da war das erste irgendwie so. So. Jetzt mal ganz schnell zurück, damit wir uns hinlegen können oder irgendwie sowas. Und zumindest irgendwie die Sachen reparieren. Ich muss immer die Sachen reparieren. Oh, Pilze. Alter, wir sind heil genug. Die Ausdauerregeneration ist echt. Aber ist nicht mehr so weit. Glaube ich. Nee, deswegen rennen wir eigentlich gerade auch straight durch. Und so weit ist er gar nicht weg von unserem Dings. Na, das geht. Ich dachte, da wären wir mehr gelaufen. Das war nur Funke-Füge. Wo? Oh! Alter! Okay. Ich hab... Du liest ja auch drauf an. Ich hab wieder 10 HP. Neu mehr, als ich brauch. Okay. Ja, ich räume ein. Das war kein guter Moment, um zu springen. Oh ja. Stimmt, ich hab ja eigentlich noch den Speer. Der ist noch gar nicht ganz kaputt. Juhu! Pause. Hey, Heimat. Oh, Fleisch. No, klar. Stimmt, ich hab auch noch Fleisch auf dem Grill. Hm. Hätten die Tür aufgelassen. Und... Du kannst nicht schlafen. Hä? Ich bin selber schlafen. Ich will, ich will dann schlafen, wenn ich will. Ich kann um diese Zeit nicht schlafen. Nö, klar. Na toll. Dann sind wir zu Hause, mit sich hinlegen und dann geht das nicht. So. Oh, alles repariert. Ja. Da war doch mal ein erfolgreicher Tag gewesen. Auf jeden Fall. Ähm... Genau, deswegen bin ich mal gespannt, wie es weitergeht und wir müssen uns eigentlich dann langsam auch mal wieder ein Floß bauen. Also nicht mal wieder, aber mal ein Floß bauen, mal rausfahren oder mal gucken. Oh, weil wir mal bestimmt später noch alles machen können. Das war ganz am Anfang, der Öl-Dex ist. Wir haben echt mal gespannt. Nö, ich auch. Deswegen gerne wieder einschalten, liken und bis zum nächsten Mal zu... Ähm, ähm, ähm... Walheim. Walhalla, wollte ich jetzt sagen. Walhalla. Zu Walhalla. Wait nenixrenalin. Bis nächste Mal. Tschüss. Tschüss. Oho. Oho. Scheiße. Oah. Oh. Oh, oh oh, oh. Vielen Dank.